Das Messer haben wir natürlich auch nicht mehr. Es wäre ja zu einfach gewesen, ne? Mann, Mann, Mann. Können wir da mit den... Ah. Ich hätte ja was untergelegt. Aber ich habe ja auch keinen Hund. Ich habe nur eine Katze und die wird mir einen Vogel zeigen, wenn ich sie losstücke, um einen Schlüssel zu holen. Gut. Dann lassen wir den armen Kollegen hier einfach mal liegen. Wir sind dann mal weg, ne? Tschüssi! Da sitzt ein Bär auf dem Flur. Diese Blätter versperren mir den Weg in den Brunnen. Auch wenn ich mich dafür fürchte, wilden Bestien zu nahe zu kommen, habe ich doch ein Händchen für das Beschwören dieser Tiere. Können wir dich hypnotisieren? Oh. Ja. Achso. Ich muss es befreien. Ja, und den kannst du nicht einfach so rausziehen, weil du ein Horst bist. Das ist natürlich logisch. Das hatte ich vergessen. Verzeihung. In meiner Zeitperiode verlassen sich Kinder auf ein anderes Transportmittel. Es wäre interessant, dies hier zu sehen. Transportmittel ist auch schön. Das ist wie Spiegelsei. Das Getreide, das Getreide, was Mais ist, steht so hoch und dicht, dass ich darin nichts erkennen kann. Die Arnte findet dieses Jahr dann wohl früh. Ja, aber so mit der Hand können wir ja nicht, weil wir sind ja ein Weichei. Ein, was auch immer, eins von zwei. Ich muss irgendwie den Bolzen lösen, der die Sense gesichert hat. Ein Besen. Ein Bolzen. So, wo müssen wir jetzt fegen hier? Kann man da fegen? Achso. Ja, natürlich. Dann mal eine Löwenpfote. Da ist doch noch so ein Teil. Um etwas Wasser abzuschöpfen, muss ich den Behälter tief in den Brunnen absenken. Welchen Behälter? Ja, den, den wir nicht haben. Mit einem Seil alleine werde ich kein Wasser schöpfen können. Ach. Nun gut. Vielleicht ist hier ja zufällig ein Eimer drin. Huch. Ich konnte die Tür des Geschäftes doch auch nicht von... Was? Doch, ich könnte die Tür des Geschäftes doch auch von innen öffnen. Warum sollte ich jedes Mal durch das Fenster klettern? Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Oh, ein fliegender Hund. Ein Levi-Hund. Partner Lucius Gier. Spezielle Fähigkeit Levitation. Disposition. Hat die Füße nicht immer fest auf dem Boden. Ist bekannt dafür, sein Talent zu nutzen. Das ist doch mal ein cooler Hund. Ach, du Heilige. Na, das sieht ja... Das sieht spaßig aus. Irgendwie irritiert mich diese Superkröte hier. Hm. Mit dem richtigen Werkzeug. Das wir natürlich nicht haben. Der Draht. Ach so. Der Draht des Schleifsteins ist beschädigt. Nicht etwa der Schleifstein. Nein, nein. Der Draht. Ich sag da nichts zu. Ich muss die Stücke des zerbrochenen Rades zusammenfügen. Also fehlt uns Leim. Das Gerät kann ich als Anspitzer nutzen. Gut. Dann haben wir schon mal einen spitzen Stift. Das ist von... Was haben wir hier? Ein Teil des Pferdes fehlt. Der Schwanz. Ich... Die Seite ist fest mit dem Instrument verbunden. Ich muss etwas finden, um sie abzuschneiden. Okay. Hier ist nix. Was ist das? Hier fehlt bestimmt irgendwas. Ach, hier fehlt das Artefekt. Äh, Artefekt. Ja. Genau, Jenny. Das Artefekt fehlt da. Oh Mann, ey. Es fahlt da sozusagen. So. Hier jetzt... Drücke die Knöpfe, um die Symbole aus dem Notizbuch nachzubilden und so das explosive Gerät zu deaktivieren. Äh. Ah, okay. Ähm. Und so ein... So zwei Dreiecke. Ha. Juhu. Jetzt haben wir den armen Mann auch noch ausgezogen. Na Mensch. Äh. So. Das ist aber ein Gerätsel hier heute. Meine Güte, von einem Minispiel zum nächsten. Verschiebe die farbigen Scheiben, sodass der Draht sie mit der jeweils passenden Farbe verbindet. Okay. Dann müssen wir... Ach Gott. Ach, jetzt sehe ich das erst. Äh. Ja. Gut. Okay. Also da muss der Rote hin. Da muss der Gelbe hin. Das Blau ist richtig. Grün ist richtig. So. Haben wir keinen hellblauen Draht? Nee, aber das ist soweit richtig. Okay. Okay. Den da. Den da. Den da. Halt. Nee, doch. Den da. Warte. So. 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 Ah. Ich dachte gerade so, höh, ich hab doch alles richtig. Warum klappt das nicht? Huch. Ach stimmt, wir hatten ja die Lupe zwischendurch nicht mehr. Ah. Description. An impressive invention that discovers items from the future via whole time continuum. Executes technology similar to that of a time machine. Cool. Damit haben wir jetzt auch alle Artefakte gefunden. Puh, jetzt können wir endlich wieder jede Szene absuchen. Und hier ist gleich nichts. Hurra. Na gut. Ah. Cool. Das schockt ja ein bisschen. Muss ich ja sagen. Hier. Ach. Das find ich ja echt ein bisschen lustig. Okay. Dann hatten wir hier irgendwo ne Kiste. Warte. Ich weiß gleich wieder, wo wir die Kiste hatten. Wo wir Nägel hatten. Die wär da. Manchmal. So. Was ist das? Ton. Okay. Die Kette brauchen wir da. Was? Offenbar fehlt ein Stück des Steins. Ohne ihn funktioniert das Gerät nicht. Ich muss anders an die Sache herangehen. Das heißt hier ein Stück des Steins. Der ganze Stein fehlt, du Witzkeks. Hä? Das verstehe ich nicht. Na gut. Ähm. Hm. Interessant. Wo ist denn der Stein jetzt hin? Wieso haben wir den nicht dabei? Und überhaupt? Und sowieso? So. Nun gut. Irgendwo war hier... Bolzen. Kann man den da... Nein. Natürlich nicht. Das sollte ich überdenken. Schade. Hm. Ton. Hilft uns hier auch nicht weiter. Und wieder. Klicken wir den da mit raus? Ah. Oh. Ein Schlafebär. Ach, jetzt kommen wir an den Ofen. Ach. Heiß, heiß. Ich muss diesen Griff eindeutig erst abkühlen. Das kriegen wir ja hin. Tada. Im aktuellen Zustand nützt mir diese Vase nicht viel. Was haben wir da jetzt? Ein Deaktivator. Aha. Weil genau so macht... So, jetzt haben wir Wasser, das wir ganz dringend brauchen, weil...